Mit unserem Premium Nightliner durch die Welt. Wir starten hier mit dem Fahrerhaus, gehen aber gleich weiter ins Fahrzeuginnere. Hier erwartet euch die große Chillout Lounge für 9 Personen. Hier haben wir einmal unseren Zweisitzer, hier die große geräumige Couch für 3 Personen und hier einen Tisch für 4. Hier können wir während der Fahrt Playstation spielen, Filme schauen oder natürlich auch arbeiten. Hier ist die vollausgestattete Küche mit Cerankochfeld, Kaffeemaschine, gefüllten Kühlschrank und natürlich einer Mikrowelle. Jetzt gehen wir weiter ins Badezimmer. Hier haben wir ein vollausgestattetes Badezimmer mit integrierter Dusche. Hier sind wir im zweiten Stock, im Schlafbereich. Hinter mir die Hecksuite mit einem sehr großen Bett, einer Couch und einem Multimedia-Paket. Das beinhaltet einen Fernseh, eine Soundanlage und eine Playstation 4. Die Fahrzeuge sind alle sehr gut gedämmt und man hört während der Fahrt nicht. Hier gehen wir jetzt in den zweiten Schlafbereich. Hier sehen wir noch die vier Bettne. Wir haben noch Varianten, wo wir bis zu 16 Bettne aufstocken können. Hier befinden wir uns in der Frontsuite. Diese ist identisch ausgestattet wie die Hecksuite mit einem Bett, mit einer Couch und dem Multimedia-Paket. Sollte euch der Premium Nightliner gefallen, schaut einfach bei uns vorbei. Hier haben wir noch eine Couch und dem Multimedia-Paket.